Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserem Pilz des Monats. Dieses Mal ist es der Auricularia. Viele von euch kennen den Auricularia wahrscheinlich unter einem ganz anderen Namen. Und zwar ist es die Morchel. Die Morchel wird seit vielen, vielen Jahrhunderten in der asiatischen Küche als Spezialität eingesetzt. Wir von Hablik haben das Beste aus dem Pilz in unseren Produkten in den verschiedensten Darreichungsformen vereint. Aber dazu gibt es bald ein anderes Video. Ich möchte euch jetzt einfach nur noch auf unsere Aktion zum Pilz des Monats aufmerksam machen. Und zwar gibt es wieder auf alle Produkte des Aktionspilzes 5% Rabatt. Also ganz viel Spaß beim Einkaufen und bis zum nächsten Mal.